Heute gibt es einen Verrat im Haus auf dem Hügel. Hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier im Haus auf dem Hügel in der zweiten Edition Betrayal at House on the Hill, endlich auf Deutsch verfügbar. Ich könnte da direkt eine Rede halten, eine Laudatio zu diesem Spiel. Ich habe das tatsächlich einige Male im englischsprachigen Original gespielt. Ich muss sagen, ich war immer begeistert von diesem Spiel. Es geht quasi darum, wir gehen gemeinsam in ein Haus und dann geschehen da merkwürdige Dinge und irgendwann triggert ein gewisser Punkt und da stellt sich einer als Verräter gegen den Rest der Gruppe. Immer quasi, wenn wir so eine Omenkarte finden, dann wird es spannend. Und es gibt verschiedene Ereignisse im Haus, auf die wir stoßen können. Und Ereigniskarten, die wir bekommen, das können gezielte sein, das können aber auch hier zufällige sein. Da gibt es dann hier die Omen, den Biss, das Buch, die Kristallkugel, das Mädchen oder hier halt Ausrüstungsgegenstände wie Dynamit, eine Götzenstatue, eine Rätselbox, ein Revolver oder halt hier einfach Tropf, Tropf, Tropf. Ein rhythmisches Geräusch, das sich wie Nadeln in dein Hirn bohrt. Lege den Marker, Tropf in diesem Raum. Ja, also das sind alles Sachen, die quasi auf uns warten. Was ebenfalls schön ist, was mir damals auch schon gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass die Miniaturen, die hier mit dabei sind, bemalt sind. Einziges Manko an dieser Geschichte, wenn man so möchte, ist die Tatsache, dass quasi jeder die Chance hat, aus zwei Figürchen, oh, die ist ja schon gut verbogen, im Prinzip hat jeder die Chance, aus zwei verschiedenen Charakteren auszuwählen, mit dem einen Problem, dass quasi zwei Charaktere immer durch ein und dieselbe Figur dargestellt werden. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Soll ja hier auch kein Review werden, sondern ein Unboxing. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Partien tatsächlich im Original gespielt. Das hat damals einer meiner Mitspieler gekauft, der ist neu in die Gruppe gekommen. Der war total begeistert und angefixt von dem Spiel. Und diese Würfel sind natürlich auch cool. Nullen, Zweien und Einsen sind da drauf. So, wir haben hier die Handbücher, wir haben hier die Punchboards. Ne, wenn es denn aufgehen würde. So, wir haben hier quasi Stockwerkspläne. Ich bin gerade überlegen, ob die im Original qualitativ sich auch so angefühlt haben. Ich würde behaupten, nein, weil es fühlt sich tatsächlich ein bisschen labbrig an, wenn ich ehrlich bin. Ja, wir haben hier quasi diese Charaktertableaus. Und diese Charaktertableaus zeigen mir immer eine Vorderseite. Das ist jetzt Madame Zostra und Vivian Lopez. Und das ist beides mal diese hier. Man kann sich nur entscheiden, mit welchen Stats man quasi starten möchte. Das grüne hier sind die Anfangswerte in Wissen, Verstand, Stärke und Tempo. Und die sind natürlich bei den entsprechenden Charakteren dezent unterschiedlich. So, ich pöppel das hier alles mal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, fast alles ist raus aus den Stanzbögen. Und da haben wir auch schon ein paar Problemchen. Also, ganz ehrlich, ich finde das Material, wenn man das so anguckt von der Seite, es ist relativ dünn. Ähm, es ist auch glatt beschichtet, was mir ehrlich gesagt auch materialtechnisch nicht gefällt. Ich würde tatsächlich, glaube ich, gerne mal die Ursprungsedition daneben legen wollen. Nur um zu schauen, inwieweit dies sich materialtechnisch unterscheidet. Ähm, ja, auch so ein Riesenmanko für mich. Es liegen keine Zippbeutel bei. Ähm, finde ich persönlich immer ganz, ganz, ganz schlimm. Ähm, wenn man hier quasi, wie gehört das überhaupt hier, das muss ich irgendwo jetzt da draufschmeißen. Ähm, für mich immer ganz schlimm, wenn ich quasi ein Spiel habe mit vielen Tokens. Ähm, und hier sind ja jetzt nicht gerade wenige, die wir hier jetzt dabei haben. Diese Kultisten, diese Schlangen und, äh, Gruselgestalten, was da alles mitkommt. Ähm, und diese Rattenmarker, die hier. Da erinnere ich mich noch schön an ein Szenario mit, äh, überall Ratten. Ähm, wo ich tatsächlich der Verräter war. War cool, sehr cool. Äh, ja, aber das, darauf wollte ich gar nicht raus. Also hier drin keine Zippbeutel enthalten. Und das ist so ein Spiel, das muss man schon durchsortieren. Sonst braucht man da nur unmöglich lange. Und was auch tatsächlich im, äh, englischsprachigen Originalteil, weil es schwer zu verstehen war, waren die Hinweise für den Verräter, wenn es um die Tokens ging. Weil manche Tokens doppelt und dreifach verwendet werden. Und das ist dann schon ein bisschen, äh, verwirrend, ja. Ja, wie gesagt, materialtechnisch finde ich es persönlich ein bisschen arg dünn. Ich habe es nicht so labbelig in Erinnerung. Na, so. Einer ist natürlich auf den Boden gefallen. Äh, aber das werde ich mir nochmal von Dimi mitbringen lassen, um es zu vergleichen. So, wir haben hier die Gebäudeplanteile, die auf der Rückseite schwarz sind, sind quasi die Startpunkte in den verschiedenen Stockwerken. Da haben wir hier das Keller und das obere Ende der Treppe. Und wir haben quasi hier das Gebäude, wo wir reinkommen. Und jetzt haben wir einen einzigen Erkundungsstapel. Und, äh, wenn wir jetzt hier erkunden, dann müssen wir quasi so lange hier aufdecken, bis ein Gebäudeplättchen von dem entsprechenden Stockwerk kommt. Das heißt, wenn jetzt hier ein Kellerplättchen kommt, lege ich das zur Seite. Ah, Erdgeschoss kann ich hier anlegen. Ah, Erdgeschoss, Dachgeschoss kann ich hier anlegen. Erdgeschoss, Keller könnte ich hier anlegen. Das könnte ich anlegen. Und so kann ich aber nicht eben alle anlegen. Und habe so auch eine gewisse Varianz im Spiel tatsächlich mit dabei. Das hat mir damals schon ziemlich gut gefallen, dieses Prinzip. Wie das Ganze aufgebaut ist. Ah, so kommt es rein. Und, ähm, dann haben wir hier jetzt nochmal die Handbücher. Die Regeln sind relativ kurz. Was mich aber auch ein bisschen, ja, stört. Es ist einfach, es ist zwar einfach, aber, und wir haben auch nicht viele Regeln. Äh, das lässt sich relativ schnell eigentlich abfertigen. Aber die Tatsache, es ist doch ein bisschen was, was drin geschrieben ist. Es war immer das Problem, äh, die englische Sprache, die eben bei sowas natürlich, auch der Rattenfänger. Ich glaube, das war tatsächlich das, was wir gespielt hatten, ne. Überall Ratten, hehe. Ja, äh, aber die englische Sprache war im Prinzip immer das Problem an dieser Geschichte. Und hat auch immer dafür gesorgt, dass die Spieler relativ eingeschränkt sind. Jetzt muss ich aber nochmal das Unterteil der Schachtel anschauen. Warum? Weil die ist nämlich auch so glanzbeschichtet. Während das Oberteil quasi, ähm, wie soll ich sagen, sich anders anfühlt, ist das hier glatt wie ein Kinderpopo. Und ich bin persönlich sehr gespannt, ob, äh, Betrayal Legacy auch auf Deutsch erscheinen wird. Was mich jetzt hier wieder ein bisschen stört, ist da viel zu viele Platz hier drin. Vielleicht muss ich da tatsächlich die Punchboards drunter legen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Naja, wird halt nicht stehend transportiert. So viel zu, äh, Betrayal at House on the Hill. Ja, in der zweiten Edition. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sehen wollt. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Abo da und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Spielen. Macht's gut. Und tschüss.